Er war länger von vertiebt und beruflich ist am Telefon Als du ihm sagtest, du gehst jeden Zigaretten holen Doch du wolltest nicht wirklich zum Automaten laufen Du wolltest einfach mal verschnaufen, auf der Straße tausen Weil diese einsamen Tage dir seinen Atem rauchen Da fährt ein Russ, vielleicht solltest du mir ne Karte kaufen Ihr habt euch immer gern was gehabt, doch Jetzt hat sich der Klerkweg gefragt und Du leuchst durch die Schwerst und der Wachse in den Straßen Und der Herz wie der Staat so ist, aha Du hast am Arzt und mit der Lichter aufgeklappt Von allem, der nie wieder kam, von fünfmal zu war Du hörst nicht, ob du mir bist schnell getroffen Du siehst du mal, dass er dir näher kam Und seiner, der vorne reist, hat ein Legafon gesagt Kommt ihr mit, wir gehen jetzt los, wir gehen jetzt Hey, 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 hey Seitdem sie weg ist, kommst du nicht mehr wirklich klar Seitdem sie nicht zurückkam, vom Kippen aus und war es seit Du siehst du selbst nicht mehr wirklich klar Was du machst, ist nicht mehr richtig, du denkst nicht mehr drüber nach Und du gehst auf die Straße aus, nur um auszumachen, auszumachen Du denkst, vielleicht solltest du und achten, vor Ort zu reisen Die Zeit ist groß und echt groß, aber nicht da vorzuschmeißen Die Tief ist so für uns, und denkst dann an zu spüren Doch wir haben hier mal, wenn es zu sehen ist Auweilen wir uns darauf, dass wir getrun Zu diesem Platz, der ganze Leakon Was sei nach der vor Ort, weil ich kann sagen, ja, 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 ja Komm, die Bienkunde, die Kippen, die Kippen, die Kippen, die Kippen Kippen, die Kippen, die Kippen, die Kippen, die Kippen Kippen, die Kippen, die Kippen Kippen, die Kippen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017